Hey Freunde, was geht? Wir kommen heute wieder zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Aktien Aktuell. Und zwar sprechen wir heute in diesem Video über ein paar Tourismusaktien, die eventuell in den nächsten Wochen, Monaten steigen könnten und die vielleicht für euch ziemlich interessant sein könnten. Wir reden hier allerdings nicht über irgendwelche Penny Stocks oder wirklich unbekannten Aktien, sondern wir gucken uns die Aktien, die wahrscheinlich auch viele von euch schon kennen, einfach mal etwas genauer an. Und ja, ich werde so ein bisschen meine Prognose dazu abgeben. Natürlich das Ganze wie immer keine Anlageberatung, einfach nur meine persönliche Meinung dazu. Und ich würde sagen, wir beginnen hier erstmal mit ein paar Artikeln, die ich gefunden habe, ganz kurz vorab. Ich habe heute schon mehrere Artikel zu diesem Thema mir eben durchgelesen. Also jetzt weniger direkt in Bezug auf die Aktien, sondern halt einfach mehr auf generell Corona-Aussichten, Lockerungen. Muss man auch dazu sagen, man kann da natürlich nicht wirklich sagen, was bis zum Sommer passieren wird. Wie normal der Sommer vielleicht schon wieder zugehen könnte. Aber ich habe nicht nur ein paar eher negative Artikel wie den, den ihr hier auch seht. Sommer wegen Corona-Mutation in Gefahr. Mediziner nennt Bedingungen und sorgt für Ernüchterung. Das klingt nicht so gut, aber ich habe auch ein paar Artikel gelesen, die eben davon gesprochen haben, dass bis zum Sommer vielleicht schon wieder Normalität eingekehrt sein könnte. Ich persönlich bin da auch eher nicht ganz so davon überzeugt. Selbst wenn das nicht klappt, könnten theoretisch auch schon diese Artikel, die das Ganze eben vielleicht ein bisschen schöner machen, als es ist, auch dafür sorgen, dass die Aktien steigen. Ich glaube, das merkt man gerade auch so ein bisschen eben bei den Aktien, dass die nämlich weniger fallen. Wie zum Beispiel TUI, auf die wir gleich noch eingehen werden. Die ist sonst eigentlich jetzt immer gefallen, aber ist jetzt auch tatsächlich wieder ein bisschen gestiegen. Wie gesagt, das hier ist jetzt kein wirklich positiver Artikel. Ähnlich wie zum Beispiel der hier. Expertin erwartet trotz Impfung keine rasche Rückkehr zur Normalität. Ja, und das mit der Impfung ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Da ist natürlich auch noch nicht ganz klar, wie sich das jetzt alles auswirken wird. Eben auch im Bezug auf diese Mutationen. Und ich glaube vor allem, dass eben genau das so ein bisschen den Strich durch die Rechnung machen könnte. Wir reden jetzt hier natürlich in diesem Video auch nicht darüber, was mit Corona passieren wird oder nicht. Aber das hat natürlich den größten Einfluss auf diese Reiseaktien. Deshalb muss man das Ganze natürlich erwähnen dazu. Hier zum Beispiel auch nochmal ein, ja eher etwas positiverer Artikel. Normalität im Sommer vorher, aber Verschärfungen nötig. Ihr könnt das gerne natürlich alles auch durchlesen, wenn ihr wollt. Das würde den Rahmen dieses Videos allerdings sprengen. Wir beginnen mit der ersten Tourismusaktie. Und zwar, wie ich schon vorhin angesprochen hatte, reden wir hier zuallererst über TUI. Die Aktie ist für mich relativ interessant. Ich habe jetzt tatsächlich auch endlich mal meine ersten Anteile dabei gekauft. Ich habe die jetzt immer ein bisschen beobachtet. Dachte mir, okay, gerade im Moment muss man die noch nicht unbedingt kaufen. Vor allem, weil die Aktie eben immer wieder so ein bisschen gefallen ist. Hier zum Beispiel sieht man das auch nochmal. 21. Januar. Also ich habe die schon wirklich ein bisschen länger auf der Watchlist. Und dementsprechend dachte ich mir immer, okay, da kann man einfach mal abwarten. Mal schauen, was daraus wird. Und wie die Aktie eben noch weiter runterfällt. Vielleicht kann man die dann noch ein bisschen günstiger holen. Und jetzt habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, weil die Kurse auch so ein bisschen nach oben gestiegen sind. Also das hier ist jetzt 19. Februar. Das war ungefähr vor einer Woche. Wir können hier aber auch einfach nochmal umstellen. Auf die 5-Tages-Ansicht. Und wie man sieht, die Aktie ist von hier unten ungefähr bei so etwas über 4 Euro. Bis mittlerweile an die 5 Euro gestiegen. Teilweise war sie sogar auch mal über 5 Euro. Und wie man eben auch, wie gesagt, erkennen kann, die Aktie ist auf jeden Fall ganz gut gestiegen. Und ich glaube auch, dass TUI tatsächlich gerade, wenn wieder Normalität einkehrt, so ein bisschen zumindest. Und selbst wenn das im Sommer jetzt nicht ganz so funktioniert, wie das vielleicht auch in vielen Berichten irgendwie relativ optimistisch behauptet wird, dann bin ich mir trotzdem sicher, dass die Aktie auf jeden Fall weiter steigen wird. Und dass man da jetzt gerade einen ganz guten Punkt hätte, um in diese Aktie zu investieren. Dann ebenfalls für mich ziemlich interessant, auch auf meiner Watchlist und in einer, ja, eigentlich ähnlichen Preisklasse hier, die Trivago-Aktie. Wie man sieht, hier die Aktie natürlich gefallen. Das ist aber auch schon ein bisschen länger her. 4. September und dann hier eben auch immer so ein bisschen gestiegen. Hier war es dann so ein Auf und Ab. Und zum Ende hin ist die Aktie aber hier ab diesem Punkt ungefähr ab dem 2. Februar auch tatsächlich ganz gut angestiegen. Also das muss man ganz klar sagen. Wir waren hier bei ungefähr 2 Euro und sind jetzt hier am höchsten Punkt bei circa 4 Euro gewesen. Ein bisschen drunter mittlerweile die Aktie auch wieder so ein bisschen gefallen, was nicht wirklich verwunderlich ist. Und wenn man sich das so anschaut, ja, hat man überall immer so ein paar kleine Einknicke wieder drin gehabt. Der ist schon ein bisschen größer, das muss man auch sagen. Aber auch in dieser Aktie sehe ich eigentlich relativ großes Potenzial, dass die im Sommer definitiv wieder steigen wird. Dann kommen wir zu guter Letzt noch zu einer Kreuzfahrt-Aktie und zwar zu Karneval. Ich denke mal, das dürften auch viele von euch schon kennen. Da gibt es jetzt gerade nicht unbedingt die besten Neuigkeiten, das muss man auch dazu sagen. Hier, wie man sieht, Comeback in den USA erneut verschoben. Das hat sich natürlich nicht so gut auf die Aktie ausgewirkt, aber wir gucken uns mal den Chart davon an. Und was wir hier bei der Aktie sehen können, ist, dass die ungefähr vor genau einem Jahr schon einen ziemlich hohen Punkt eigentlich hatte. Die Aktie war hier oben bei 32 Euro und jetzt ist sie ungefähr 10 Euro günstiger bei um die 20 bis 22 Euro. Also hier war der höchste Punkt davon. Da denke ich mal, ist es aber auch ziemlich realistisch, dass diese Aktie dann eben im Sommer wieder auf, ja, ungefähr diesen Kurs hier ansteigen könnte. Vielleicht ein bisschen höher, vielleicht auch nur bis hier oder bis hier. Aber, dass die Aktie dann auch, ja, wieder steigen wird, denke ich mal, wird, ja, relativ wahrscheinlich sein. Deshalb bei den drei Aktien hier auf jeden Fall gutes Potenzial, um jetzt einzusteigen und im Sommer eventuell davon zu profitieren. Natürlich, wie gesagt, nur meine Meinung, keine Anlageberatung muss man immer dazu sagen. Das war es auch schon mit dem Video. Ich werde gucken, dass bald nochmal ein Video über ein paar Penny Stocks kommt. Da kenne ich mich aber noch nicht so gut aus. Also da muss ich nochmal, ja, recherchieren, was es da alles für Aktien gibt, was es für Unternehmen gibt, die vielleicht Sinn machen, die einen guten Eindruck machen und die großes Potenzial haben. Also darauf könnt ihr euch freuen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich, wie gesagt, sehr freuen. Aktiviert auch gerne die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.